Hallo und herzlich willkommen hier bei der Rekrutenedition Startbox für Warhammer. Der Primer sagt, ein Intercessor Sturmtrupp hat den Auftrag eine Stellung zu halten und dadurch den Space Marines Zeit für einen Gegenangriff zu verschaffen. Die Truppen der Necron nähern sich aus allen Richtungen, um sie zu vernichten. In diesem Kampf, wie ihr schon auf dem Spielfeld seht, sind beteiligt fünf Primaris Sturmintercessoren samt dem Sergeant. Links oben auf der Markierung stehen drei Skarabehenschwärme, links unten ein Königswächter und rechts fünf Necronkrieger mit Gauss-Desintegratoren. Das Ziel der Schlacht ist es, dass sich am Ende des vierten Spielzugs noch Space Marine-Modelle auf dem Spielfeld befinden und die Aspekte, die hier beleuchtet werden, sind die Sichtbarkeit, also Sichtlinien, die durch den Boden der Packung hier als Gebäude dargestellt auch blockiert werden können. Dieses implementiert auch direkt vertikale Bewegungen, da diese Bewegung hier jetzt mitgerechnet wird. Zwei Zoll gerundet. Es wird nochmal genauer darauf geachtet, es gibt einen Durchschlagwert, es gibt einen Schadenswert und dass Pistolen in Nahkämpfe schießen können. Dieses ist dann hier auf jeden Fall gegeben, nicht wie in der Mission vorher als mögliche Regel. Das Spiel beginnt mit den Space Marines und hier als ganz, ganz wichtige Kondition. Die Space Marines verteidigen diese Stellung und dürfen deshalb nicht das Dach des Archeodepots verlassen. Also ist die erste Möglichkeit, in der Bewegungsphase der Space Marines, die einen Bewegungswert von sechs haben, sich an eine Kante zu bewegen und dort mit ihren Pistolen runter anzuschießen und dem Gegner die Möglichkeit zu nehmen, hochzukommen. Also kümmern wir uns mal um diese Ecke hier. Die Space Marines bewegen sich an die Kante. Zwei Zoll, vier Zoll, das sind ganze sechs Zoll. Der bewegt sich hier in die Ecke fünf Zoll und der hier hinten sechs Zoll. Alle Modelle stehen innerhalb von zwei Zoll um ein befreundetes Modell dieser Einheit. Also sind sie auch in Trupp-Formation und nun in der Fernkampfphase schießt dieser Trupp hier runter auf die Necron-Krieger. Es sind vier Intercessoren mit schweren Boltpistolen und einer mit einer Plasmapistole. Alle schießen da rein. Erstmal hier in der Hand die vier Würfel für die Boltpistolen. Wir haben eine Entfernung von sieben Zoll. Das passt. BF 3+, einer trifft. Boltpistole, Stärke 4, Widerstand 4 des Kriegers, keine Wunde. Die Plasmapistole hat die Besonderheit, dass sie zwei Profile hat. Einmal die Standardprofil und das überladene Profil. Das überladene Profil ist eine Stärke mehr, einen Schadenswert mehr, aber wenn ich eine Einswürfel beim Treffen, wird sofort das Modell mit dieser Waffe ausgeschaltet. Ich will den Sargent nicht riskieren, also schieße ich mit der Standardfunktion der Plasmapistole, treffe auf die 3+, tut er, habe eine Stärke von sieben. Der Necron-Krieger hat einen Widerstand von vier. Ich bin besser. Auf die 3+, verwunde ich. Tut er. Die Plasmapistole hat einen Durchschlag von drei plus. Der Necron-Krieger hatte eine Rüstung von vier. Dann wird aus der 4 eine 5, eine 6, eine 7. Eine 7 kann nicht gewürfelt werden auf einem W6, also geht ein Necron-Krieger jetzt zu Boden. Das war die Fernkampfphase. Eine Angriffsphase kann es nicht geben, weil ich das Dach nicht verlassen darf und deshalb gibt es jetzt die Bewegungsphase der Necron. Die Necron starten hinten in der Ecke mit den Skarabänen schwärmen. Diese brauchen bis zur Ecke des Gebäudes 6 Zoll. 2 Zoll nach oben und schaffen es dann an der Ecke hier noch 4 Zoll zu laufen. Also der Schwarm kommt bis dort. Der nächste Schwarm kommt bis zum Gebäude 7 Zoll. 2 hoch 9 und kann dann noch 1 Zoll reinlaufen. Also steht gerade eben hier drauf. Der Schwarm 7, 2 ist genauso. Kommt also auch bis gerade dort hoch. Der Königswächter, die neue Einheit links unten jetzt hier eingeführt wurde, hat eine Bewegung von 5. Bewegt sich hier über diese Flanke, um die Sichtlinie hier hoch zu behalten. Bewegt er sich hier, kann sie vielleicht durch das Gelände dort verdeckt werden. Die Necron-Krieger hier unten positionieren sich besser, um das Feuergefecht mit den Space Marines aufzunehmen und bleiben da so stehen. Nun ist die Fernkampfphase der Necron dran. Ich starte mit dem Königswächter. Er hat einen Reliquien Gauss Blaster, 24 Zoll Reichweite. Sein Ziel ist 13 Zoll entfernt. Schnellfeuer 2 heißt 2 Schuss, aber leider keine Doppelung, weil nicht in der halben Reichweite. Wer trifft auf die 3+, diesen Trupp trifft er einmal. Der Gauss Blaster hat eine Stärke von 5. Sturm Intercessoren einen Widerstand von 4, also besser auf die 3+, verwundet. Einen Durchschlag von 2+, das heißt der Rüstungswert von 3+, der Sturm Intercessoren wird auf die 5 reduziert. Schaffen sie nicht. Und der Gauss Blaster hat einen Schadenswert von 2. Das heißt sofort 2 Lebenspunkte, ein Sturm Intercessor geht zu Boden. Nehme ich mir mal den hier hinten. Auch einfach nur aus optischen Gründen. Das heißt der Königswächter schafft es schon einen Intercessor zu erschießen. Die vier verbleibenden Necron-Krieger schießen auch hier rein. Jeder von denen hat einen Schuss bzw. Schnellfeuer 1, macht insgesamt 8 Schuss. 3+, Treffen, weil sie sehen sie an der Kante. Stärke 4, Widerstand 4, 4 im Verwunden. Einer. Und eine Rüstung von 4+, weil der Durchschlag der Waffe dazukommt. Einen Lebenspunkt. So, das war der Fernkampf. In der Angriffsphase sagen die Skarabänen-Schwärme einen Angriff auf die Space Marines an. Bis da sind es 6,8 Zoll. Also mit einer gewürfelten 6 würde ich rankommen. Das hier ist eine gewürfelte 4. Der Angriff ist verpatzt und damit bleiben die Skarabänen-Schwärme dort, wo sie sind. Einen Nachkampf gibt es dadurch nicht. Und dann kommen wir jetzt in die zweite Runde der Space Marines nach der Werbung. Kurz zur Werbe- und Gewinnspiel-Sektion dieses Videos. Ihr wollt die Rekruten-Box mit den bemalten Modellen daraus gewinnen? Oder ihr wollt die Elite-Box gewinnen? Dann befolgt ihr folgende Schritte. Bei jedem Video der Miniserie, inklusive der Tutorials, tippt ihr in die Kommentarsektion für die Rekruten-Box Rekrut oder für die Elite-Box Elite. Und ihr gebt einen Daumen hoch bei dem Video. Mehr braucht ihr nicht. Und dann könnt ihr diese Boxen eine Woche, nachdem das letzte Video der Miniserie online gegangen ist, gewinnen. Die Rekruten-Box habe ich mir selbst gekauft. Die Elite-Box wurde freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom Taschengeld-Dieb. Deshalb dort unten dieses Supported-Buy-Logo, was ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt. Also tippt in die Kommentarsektion für die Rekruten-Box Rekrut, für die Elite-Box Elite und schaut beim Taschengeld-Dieb vorbei. Und jetzt zurück zum Video. Die Space Marines haben jetzt das Problem, dass sie von allen Seiten behakt werden. Die Space Marines werden sich ein Stück nach hinten bewegen, 2 Zoll, so dass sie immer noch eine Sichtlinie zu den Kriegern da unten haben, aber näher an den Schwärmen dran sind. In der Fernkampfphase werden sie das Feuer eröffnen mit den Boltpistolen in die Krieger und der Sergeant schießt seine Plasmapistole in den Königswächter. Die Schüsse der drei Boltpistolen in die Krieger, 3 plus Drift, 4 plus Wundet, einer und Rüstung ist 4 plus. Ja, safe. Der Sergeant überlädt seine Plasmapistole und schießt diese in den Königswächter. Nein, Trefferwurf von 1. Das heißt, die Waffe explodiert in der Hand des Sergeant und er ist als Verlust entfernt. Damit hat sich die Schussphase erledigt. Kommen wir zur Angriffsphase. Die Intercessoren sagen einen Angriff an auf die Skarabäne-Schwärme. Die kürzeste Reichweite von einem der Modelle ist 4,2. Mit einer Gewürfe von 5 kommen sie auf jeden Fall ran. Jedes Modell darf sich bis zu 5 Zoll bewegen. Jetzt sind wir in der Nahkampfphase. Die Intercessoren dürfen noch ein Stück weiter bis zu 3 Zoll nachrücken. Jetzt zuschlagen. Ein Intercessor hat 2 Attacken. 2, 4, 6 insgesamt. Plus jeweils eine, weil sie ein Kettenswert dabei haben. Das Astartes-Kettenswert gibt nämlich die Fähigkeit, wenn er kämpft, eine zusätzliche Attacke durchzuführen. Macht insgesamt 9 Attacken. Macht sie schon gefährlich. Treffen auf die 3 plus in die Skarabäne-Schwärme. Die kommen mit einer Stärke des Trägers. Stärke von 4. Auch die Skarabäne-Schwärme. Widerstand 3. 3 plus. Und mit einem Durchschlag von 1 ist jeder, der jetzt verwundet hat, auch gleichbedeutend ein Lebenspunktverlust. 4 Lebenspunktverluste. 4 Lebenspunkte pro Schwarm. 1 Schwarm geht nach Hause. Der hier hinten. Und in der Nahkampfphase dürfen sich jetzt die Schwärme erwehren. 8 Attacken insgesamt in die Intercessoren. Das sind 3 Treffer. Auf die 5 verwunden. Einmal verwundet und die Rüstung hält. Das heißt, in den Intercessoren passiert nichts. Die Skarabäne-Schwärme wollen so stehen bleiben. Und wir befinden uns in Runde 2. Der Necron. In der Bewegungsphase der Necron werden die Krieger hier etwas hochgehen. 3. 5. In einer Bewegung von 5 schaffen sie gar nicht so richtig. Dann werden sie vielleicht hier hinten rumgehen. 5 Zoll. 5 Zoll. Um vielleicht eine bessere Sichtlinie ziehen zu können. Sind das 2. Zu den Primaris. Die Skarabäne-Schwärme ziehen sich mit ihren 10 Zoll aus dem Nahkampf zurück. Damit die anderen Modelle das Feuer wieder eröffnen können. Der Königswächter geht mit seinen 5 Zoll hier hoch. Damit er hier eine Sichtlinie ziehen kann. Und nun wird in der Fernkampfphase das Feuer eröffnet. Die Necron-Krieger stehen so, dass 2 in der kurzen Reichweite sind. Das heißt, Schnellfeuer zündet. Und 2 nicht. Es sind insgesamt 6 Schuss der Gauss-Desintegratoren. Auf die 3 plus treffen diese. Mit einer Stärke 4 gegen einen Widerstand. 4 verbunden. Die auf die 4. Und durch Schlag 1 haben wir eine Rüstung von 4 plus. 2 mal nicht. Das heißt, der hier, der schon einen Schadenspunkt gekriegt hat, stirbt. Und ein weiterer kriegt noch einen Schadenspunkt. Dann kommt der Königswächter. Dieser befindet sich jetzt innerhalb von 12 Zoll. Also in der kurzen Reichweite. Er hat 4 Schuss. Trifft auf die 3. Alle treffen. Mit einer Stärke von 5 verwundert er schon auf die 3. Das ist aber nur einer. Und einen Durchschlag von 2 plus. Auf die 5. Eine Rüstung. Nein. Das sind 2 Lebenspunkte. Ein Treffer, 2 Lebenspunkte. Das heißt, der eine Treffer macht hier 2 Lebenspunkte. Der ist aber dadurch nicht angekratzt. Weil das nur von einem Treffer ist. Dieser Schaden kann nicht überspringen. Es sei denn, es wäre tödlich. Ist er aber in diesem Fall nicht. Damit ist der Fernkampf abgehandelt. Die Skarabänen-Schwärme können nicht nochmal angreifen, weil sie sich zurückgezogen haben. Sie haben keine Regel, die das besagt. Also ist der Space Marine jetzt wieder dran. Bewegt sich. Ah, nee. Bewegt sich. 2, 4, 6. Schießt mit seiner Boltpistole auf den Königswächter. Trifft ihn. Stärke ist 4, Widerstand ist 5, verwundet ihn nicht. Greift ihn jetzt an. Mit einer 4 kommt er ran, um blutige Rache zu nehmen. Und attackiert jetzt den Königswächter in der Nahkampfphase. Alle 3 treffen mit einer Stärke von 4 gegen einen Widerstand von 5 auf die 5+. Einmal verwundet. Die Rüstung des Königswächters ist 3+. Minus 1 durch den Durchschlag ist gehalten. Der Königswächter darf jetzt zurückschlagen. Er hat insgesamt 3 Attacken. Er hat keine Nahkampfwaffe hier angegeben. Also geht man davon aus, dass er eine ganz normale Attacke hat auf die KG 3+. Trifft 2 Mal. Mit einer Stärke des Trägers. 5. 2 Mal verwundet. Kein Durchschlag. Rüstung 3+. Safe. Die Necron dürfen auch noch einmal. Und zwar werden jetzt die Necron-Krieger vorrücken. 5, das sind 10 Zoll insgesamt. Die wollen aufschließen. Zu ihrem Anführer. Die Schwärme schwärmen hier runter. Der Königswächter bleibt da stehen. Der könnte sich jetzt rausziehen aus dem Nahkampf. Will aber gar nicht. In der Kampfphase, bzw. in der Angriffsphase, greifen die Skarabänen-Schwärme mit ein. Ja. 6 Zoll. Und jetzt entbrennt der Nahkampf. 8 Attacken von den Skarabänen-Schwärmen in den Primares. Der sich natürlich der Dramatik-Gebeugt, fälschlicherweise vom Gebäude runter bewegt hat. Da haben wir schon 3, die automatisch wunden. Noch eine Wunde. Rüstung 3+. Nein. Der Primares fällt zu Boden. Und die Necron haben hier gewonnen. Das heißt, ein Unentschieden. Ein Sieg für Necron. Ein Sieg für die Space Marines. Ja, ich weiß. Ich habe die Regeln ein wenig missachtet und habe den Primares runtergeschickt. Aber sonst wäre er einfach ganz, ganz unspannend oben einfach zerschossen worden. Weil die Necron sich bestimmt nicht mehr nach oben bewegt hätten. So hatte er wenigstens noch seinen gloriosen Moment. Ich hoffe, die Erklärung zu den Geländeregeln, also den Höhenunterschieden und Sichtlinien, haben euch hier jetzt schon gefallen. Und ich persönlich muss sagen, es ist gut aufgebaut. Immer dieses Stück für Stück dazu. Am Anfang war es so, Schamswerte, Durchschlagswerte wurden mal kurz erklärt als optionale Regeln. Hier werden sie jetzt richtig implementiert. Das ist schön. Und ich hoffe, in Mission 4 lernen wir noch etwas dazu. Denkt an die Teilnahmebedingungen fürs Gewinnspiel und wir sehen uns beim nächsten Video der Schritte in die Finsternis mit Mission Nummer 4. Bis dahin, ich bin euer Liseefinger. Keep on Wargaming!